Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Chascos 3 neue Aufnahme. Da freu ich mich ja. Petra. So, ich muss gleich den Zell ein bisschen leiser machen. Ich habe mit den Informationen aus der Raffinerie einen Prototyp gebaut. Ich könnte den Panzer aufhalten, aber wir brauchen einen Feldtest. Theo wartet an diesen Koordinaten. Ich bleibe bei Mario. Okay, Theo wartet da. Mal schauen, wo er wartet, wo wir überhaupt sind. Wir sind hier. Und Theo wartet da oben. Hier. Genau. Okay, was brauchen wir für hier? Da müssen wir drei Provinzen mehr befreien. Wir sind ja hier. Und könnten mal hier hingehen. Das wäre doch toll mit dem Schlitten, den wir hier haben. Oh ja, die Maussensibilität. Also, hier ist gerade Katus. Aber warte mal schnell. Da ist auch noch ein... Da ist auch noch was. Wieso kriege ich jetzt von der Maus und... Na gut. Gehen wir doch schnell da drüben. Oh, ein Schiff. Schnee da drüben, wenn ich es noch kann. Ja. Oh ja, das ist schon mal super. Ja. So. Hoch. So. Da kommen wieder alle, die mich hier anscheinend besiegt haben. Wiko, Druck da. Ist hier. Jetzt eine Statue und... Latsch mich. Okay. Wieso flackert denn das jetzt so? So. Was ist das? Ein Seil? Gut. Ja, ja. Ja, ja. Hier lebt er in einer verletzten, sterbenden Welt. Kontrolliert von fehlgeleiteten Profis. Oh, haha. So. Nur noch die Flagge hissen. Wo ist das? Hier unten. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Oh, shit. Runter. Komm runter. Ich hab das Spiel verlernt, ehrlich gesagt. Flagge runter. Und das war's. Tschüss. Esbia Sprint. Okay. Zwei vor fünf. Ansiedlung. Gehört jetzt wieder dem Volk. So. Schön. Wie man sieht, ich hab 17 Tage nicht mehr gespielt. Darauf bin ich stolz. Jetzt machen wir doch schnell da... Ansiedlung entdeckt. Wieso entdecke ich denn jetzt? Ach so, weil ich das jetzt erst entdeckt habe, oder wie? Gut. Wir machen schnell den Sprint da drüben. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Die Rebellen haben Vico Trugta befreit. Aber unser Kampf geht weiter. Genau. Die Rebellen haben Vico Trugta befreit. Die Rebellen haben befreit. Ich habe befreit. Vico. Landrennen. Was können wir uns aussuchen? Äh. Ein Sportwagen würde ich sagen. Den da zum Beispiel. Und Start. Okay. Wird sowieso schief gehen, denke ich mal. Wie man es kennt von mir. Jetzt steht natürlich unser Wagen auch noch im Weg. So, los geht's. Kann ich überhaupt noch fahren? Ich weiss gar nicht. Schief war die Hartbremse, glaube ich. Oder? War es so. Ja, genau. Ja, da. Schon mal zu viel. Des Guten. So. Drei Sterne. Äh. Drei Zahnräder, sorry. Wäre schön. So. Die ist mir fast ein bisschen zu eckig, die Karre. Wenn ich ehrlich bin. Oh ja. Oh. Profi. So. Hier hoch. Wie die Maus heute wieder rum geht. Also ich glaube es gab auch Updates. Sie sind auch daran, Fehler und so zu beheben. Hier. Durch ein Lager. Ah, das ist schon der Rebellen. Gut. Ich dachte gerade, da kann man doch nicht einfach so durchfahren. Das haben wir schon befreit. So. Dann ändert sich auch... Ah, das war das grosse. Ändert sich auch gleich die Ausgangslage. Nämlich da wo ich... Shit, ich bremse. Ich tipp. Ja. Ja, aber das kann es doch nicht. Ich habe schon nur Pech. Oder ja, ich bin einfach zu blöd. Komm hier, Pfad. Schnell. Geht das auch. Drei Zahnräder, ja. Mit sogar... Ah, mit einem Schützen oder Schützen oben drauf. Okay. Es geht immerhin. Man kann auch Fahrzeuge noch andere nehmen. Ah, der schiesst sogar einfach. So. Zwei kommt. Ich wieder. Esbia Sprint zwei. Überhin. Nächste Freischaltung. Das hätten wir jetzt. Was ist denn das? Ja, das können wir ja schon. Okay. Einfach weitergehen. So. Eigentlich möchte ich doch was gerne wiederholen. Aber naja. So. Jetzt schauen wir wo wir sind. Hier. Hm. Hier gibt es ja nicht mehr viel. Ach. Das grosse Territorium ist natürlich... Ist das in diesem... Ne, ist das nicht in diesem Abschnitt. Dann vielleicht hier hin. So. Mal umgekehrt. Wir haben ja den Schützen dabei. Oder den Schützen. Ich glaube eher Schützen in. Oh, sorry. Tut beleid. Der Wagn ist zwar ein bisschen kastig. Aber sonst geht es ja ganz gut hier. So. Hier ist schon Rebell. Denn da fehlt glaube ich nicht mehr so viel. Mal schauen ob hier was ist. Oh. Hier liegt ein Wagen. Eine Waffe. Oh. Oh shit. Das ist... Steigt die auch aus? Was hat denn die jetzt? Ich will mal schnell was. Ah, jetzt fängt sie. Jetzt fängt sie an zu schiessen. Das ist Securitate Wagen. Okay. Gut. Wir schauen noch schnell da oben. Vielleicht ist ja da noch was. Nicht so. Gut. Die Waffe nehmen wir natürlich mal mit. Die haben wir, oder? Ja. Bin ich gespannt was das für eine ist. Ja, wo kann das? Ah, da oben natürlich. Müssen wir noch hin. Ist natürlich... Ist die beste Idee gleich wieder so eine riesen Dings zu nehmen. Mal schauen wie sich der fährt. Klobiger als alles je zuvor. Mit 50 kmh da durch. Ja, das macht Spass. So ist der ja locker angreifbar. Also die Maus finde ich ist heute eine Katastrophe. Also ich weiss nicht. Weil ich jetzt vorhin gerade ein anderes G-Game gespielt habe. Ob das wegen dem ist, oder... Ob es einfach sonst wieder eine... Stadt-Tresor... Ob es auch sonst wieder eine Katastrophe ist. So hier ist wohl was. Oh sorry. Oh shit. Oh shit. All die Tasten. Oh shit. Ja, ein. Zwei. Ja, ich habe es natürlich schon weich nicht mehr gespielt, wenn ich ehrlich bin. So, was müssen wir denn noch... Ah, da oben ist doch... ...freundtrennen. Die Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ach so, das ist gar nichts hier. Na super. Okay, komm dann hier rein. Warte, warte, da ist jetzt was. Die Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Geht es da weg, oder nein? Da ist weiter weg. Da ist mehr. Sie ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wieder herstellen. Ah, hier unten. So, da haben wir ein klassisches Teil. Ah, ein Artefakt. Peacebringer. Gut. Such Protokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Ach, kommt schon. Neutral. Hallo. Bitte komm. Verdammt. So, jetzt haben wir mal so einen. Habe ich glaube ich noch nie gefahren hier. So, jetzt soll es mal vorangehen hier. Ich komme ja nicht voran. Okay. Da haben wir noch die Stadt. Haha, sorry. Die wollen mich hier wohl nicht. So, Liana. Gleich mal ins Polizei reviert, denn es gibt sowieso Krach. So, ganz. Sorry. Willkommen. Die Lage. Haben wir ihn verloren. Bitte kommen. Hallo. Hallo. Kampfgebiet. Ja, ist ne grössere Stadt. Sogar mit Propagandafahrzeug. So, da unten sind sie. Ich will mal die testen. Alter, geil. Die hat etwa vier Raketen, die die abschiesst. Geil. Nicht zu viel verschwenden. So. Rebellen rufen. Gerne. Ah, das war kacke. Kommt schon. So, ich muss zuerst wieder ein bisschen reinkommen. Weil ich habe letztes Mal, glaube ich, zwölf Folgen aufgenommen. Fass. Oder? Nee, kann nicht sein. Doch, kann sein, dass es zwölf waren. So, da oben hat es auch noch eine Tür. Ah ne, das sind Waffen. Schnell aufladen hier. So. Die Waffe habe ich auch noch. Ah, dieses. Ich glaube, die andere wäre fast besser. So, wo ist denn das andere Tor? Ich möchte euch auch noch herzlich im neuen Jahr bekommen. Heisst, bevor ich es noch vergesse. Neues Jahr, Magdaten. Neues Kapitel. So, jetzt müssen wir noch die Sachen zerstören. Irgendwo. Ist das jetzt ein Helikopter ab oder was? So. Ja, neues Kapitel Fabian LP beginnt. Mit diesem Jahr. Hier geht es natürlich. Geht es hier weiter. Ist klar. Wir spielen das Game weiter, denn es macht wirklich Laune. So. Oh, hier. Ein Band. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draussen. Findet. Äh, die müssen wir später noch anschauen. Nachdem wir die Stadt einge... ...geashert haben. Also. Nur die... Ravello natürlich. So. Da unten ist da die Flagge. Da hinten ist die Statue. Die Zielperson ist nicht mehr hier. Die Zielperson ist nicht mehr hier. Da ist der Wagen. Komm, den nehme ich mal so um den Beschuss. Wenn der nicht so schnell wäre. Wow. So. Und so. Haha. Plattenaste. Wer fährt denn da am Steuer? Das will ich auch mal. Wunder nehmen. Ah, du da. Da. Die Täter wurden zur Hechenschaft gezogen. Ja, dann fahr da mal die Wand hoch. Hahaha. Oh, das wollte... Oh shit. Das wollte ich gar nicht. Der wurde aber auch gerade überfahren da. Der hackt. Nee, hab ich nicht. Seh ich nicht. So. Gut. Ich will auch nicht immer zu viel Zeit verlieren. Doch das war jetzt gerade... So ein Propaganda-Fahrzeug hast du jetzt nicht jeden Tag. So. Schnell hier. Komm. Einer reicht. Easy. Und tschüss. Yo. Genau. Entkommen. So. Jetzt können wir schnell die Kassette schauen, bevor ich es wieder vergesse. Denn das werde ich gleich. Äh. Statistik da, oder? Hagebuch. Äh. Ja, den hab ich gehört. Tag 792. Wie erwartet hat Duschku das Büro des Präsidenten über den Di-Ravello Tag informiert. In seiner Gier nach Verehrung plant Dante sich in dem kleinen Ort Manea selbst feiern zu lassen. Der Hass der Menschen auf die politische Elite macht eine militärische Lösung immer wahrscheinlicher. Vor meinem geistigen Auge sehe ich schon, wie sie mir zu Ehren auf dem Stadtplatz eine Statue errichten. Aha, sieht der. So geht die auch dahin? Nein. Sowas aber auch. So. Bam. Der war gut. Und da ist das Plakat weg. Jetzt da wieder. Ah, das sind die anderen Fahrzeuge. Okay. Ja, da war der Di-Ravello Tag. Und da. Duschku lebt anscheinend noch. Da werden ja nicht mehr so viele leben, denke ich mal. Da müssen noch einige, glaube ich, beseitigt werden. Bevor es dann soweit ist. Das Tagebuch geht ja noch ein Weichen. Das hat ja in jeder Stadt eines. So. Da vorne höre ich es noch. Ah, hier. Ah. So, jetzt sind wir nämlich wieder gesucht, offiziell. Also du da. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. So. Er darf nicht entkommen. Wo ist denn das Schild? Dann nutzen wir gleich mal die Karte. Aha, hier drüben. An anderen Ende. Am anderen Ende. Am anderen Ende, wüsste ich sagen. Ah, da. Wah. Ja. Der Profi ist wieder on the road. Zurück auf eure Posten. Komm, hissen. Denn wir wissen, die Ravel ist beschissen. Feindliches Fahrzeug zerstört, okay. Und runter mit der Flagge. Schön. Garage ist geöffnet. Explosion der Mastersbrücke. Okay. Stretto di Ravella Flug. Fünf von sieben. Eine Stadt nach der anderen. Fünf von sieben. Ah, hier ist noch was. Okay. Und irgendwo muss noch so ein Außenposten sein. Nur die Frage wo. Wir machen mal schnell das da. Denn ich möchte ja auch diese Herausforderung machen. Wir müssen auch mal. Noch ins alte Gebiet zurückkehren dann. Um da auch noch ein paar zu machen. Aber jetzt mal erst diese. Crashbombe. Aha. Okay. Das haben wir ja schon mal gemacht. Und da ging es ja erfolgreich aus. Was? Danke für alles, was Sie für jetzt. Wo müssen wir hin? Ja, okay. Ziel da. Da kann man da nicht einen Wegpunkt setzen. So. Ganz genau. Genau. Wow. Fast Panzer. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Alter, wenn die Bombe da hoch geht. Sind wir am Arsch. Gut. Weil wir letzten Mal auch den. Ein bisschen spät ausgestiegen. Das weiss ich noch. So. Und dass da kein Weg umgesetzt war. Durch das Wasser kann man ja sowieso nicht gehen. Oh. Sowieso nicht gehen. Alle Mann ausschweren. So. Ich fahre schön hier rum. Der hat jetzt Angst. Das ist ein Rebellen. Verkarre ich jetzt nicht einfach mal so. So. Hier hin. Rausen. Oh. Da geht's. Vier. Vier Zahnrenner. Seid klug mir auch nicht, wie sie aussehen. Da kriegt er gerade noch etwas zu schmerzen. Vier. Das ist toll. Mehr Sprengsätze. Schön. Turbotriebwerk. Aha. Gut. Das reicht mir. Alter. Also vier ist schon echt gut. So. Hier. Ah. Hier unten. Gut. Ja eben. Ich habe ja da noch nicht so viel. Wenn ich ehrlich bin. Ah doch. Da geht's. So. Jetzt wieder auf die Karte zurück. Jetzt sind wir hier natürlich. Ich will aber hier hin. So. Da brauchen wir einen Helikopter würde ich sagen. Den fordern wir uns an. Äh. Folgen jetzt wieder ein bisschen länger. Ich lasse es aber immer noch ein bisschen begrenzen. so spezial. Wir hatten den in der Hand. Den können wir aber leider noch nicht haben. So dann. Mehr brauchen wir nicht. Antworten. So. Ah. Das ist. Blöd. Steht ja einer da. Na gut. Folgen eben. Jetzt ein bisschen länger. Aber nicht. Nicht. Nicht jetzt gross übertrieben. Würde ich sagen. Also. Zwischen 20 und 30 Minuten. Aber das nehmen wir jetzt noch mit. Wenn wir wieder hingehen. So. Der grosse Kontrollturm. Der müsste ja da sein. Ja. Da sieht man es. Grosse Anlage. Die knüpfen wir uns schon noch vor. Keine Angst. Und heute machen wir wieder eher Städte befreien. Und weniger Quest. Denn ich will ja wieder in etwa gleich weit sein. Als wenn es da wieder rüber geht. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Hat die Flugabwehr irgendwo. Nicht. Kommt das scheisse ich mal kaputt da. Oh. Der Flug kann auch weichen da. Oh. Tada. Ein bisschen. Schiff rennen. Licht aus. Also wir sind jetzt da unten. Schiff rennen. Oh. Da kommt ja eine Kundschaft. Haha. Oh shit. Die hat hier. Noch stets zerstören. Was ich noch kann. Oh. Gut. Schnell 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 raus. Und weg. Das könnte Ärger geben. Natürlich gibt es Ärger. Es gibt sie still. Haha. Einen Leute. Einer kommt mit dem Karren. Alle hatten schon tot oder wie. Die. Boah. Die werden die. Super geschützten. So mal da hoch stellen. Alter wie die schiessen gerade. Ich glaube Marine ist das auch noch. So. Es scheint aber nicht zu sein. Ich muss noch schauen wo die. Die. Ah da unten. Und die machen wir mal so. Da gibt es noch eine Explosion zu. Oh. Jetzt hat ein Schiff rennen. Das hätten wir uns natürlich. Schnappen können. So. Da geht auch. Eine. Antenne. Die wird vielleicht da drüben sein. Wir sind alle. Wir schicken Boote zu eurer Position. Ausziehen klebt da dran. Alter das Boot. Das ist so etwas von. Unnötig denn. Der schießt sogar noch daneben. Komm hier. So. Aber. Wo. Ich hab nur eine Frage. Wo. Boah. Schau schnell auf die Map. Ja. Da. Da dran. Achtung. Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Ganz nach dem Dach. Ja. Natürlich. So. Wichtigste. Und tschüss Rebellen. Oh. Da ist noch ein Helikopter. Oh. Jetzt ist er plötzlich weg. Sechs von sieben Ansiedlungen. Wo machen wir weiter? So. Ja. Jetzt ist das Schiff weg. Ah. Die Rebellen können sich das Leiden nicht leisten. Schade. Wer ist denn da? Ah. Das Boot wurde nicht dispawned. Okay. Wer ist denn da? Ja. Alle verfügbaren Einheiten. Melden sie sich. Bitte kommen. Hier kommt der König der Rebellen. Die Antia ist umgesteht. Schön. So. Jetzt. Das da gehört auch noch. Ne. Das gehört nicht dazu. So. Ah. Hier sind wir. Gut. Dann sehen wir es. Das da gehört aber dazu. Das ist ja nichts. Haben wir schon gesehen. Das gehört auch noch dazu. Das sieht man aber auch nicht. Ja. Wir fliegen mal auf die Insel da. Ist doch sicher ein Helikopter hier. Oder? Komm. Dann nehmen wir halt das Schiff. Also ganz ehrlich. Dann nehmen wir halt einfach das Schiff. Komm. Ist ja nicht weit. So. Dann haben wir noch was befreit. Alter das Schiff. Und ich würde sagen. Wir sehen uns dann wieder. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.